Tachchen, Spaßfreunde. So, nächster Tag hier im Office und ich habe Post bekommen. Ist eigentlich nichts Besonderes, wenn man so ein neues Büro hat, kommt ganz viel Post an. Aber hier ist es besonders, weil kein Absender draufsteht. Und ich mache es einfach mal auf, bin mal gespannt, was hier drin ist. So, was haben wir denn hier? Our Future begins. Ui. Fallout 76. Findet den Power Armor Helm und erspielt für eure Community eine exklusiv Xbox One und eine Fallout 76 Collector's Edition. Freitag, 8 Uhr, dann sind hier noch so Koordinaten im Survival Camp. Wenn das ein Outdoor-Ding ist, muss man sich da vielleicht noch mal ein bisschen drauf vorbereiten. Ich will da ja irgendwie nicht abkacken. Tasche packen, kleines Warm-up machen und dann rocken wir das Ding schon. Koordinaten finde ich auch irgendwie. Sieht aber komisch aus. So, ab geht's. Uuh, los geht's. Kraft, Ausdauer. Man weiß ja nie, was für ein Monster auf einen zukommt. Ein bisschen Power, ein bisschen Kraft und wir legen los. Ich glaube, ich bin vorbereitet. Jetzt packe ich mal meine Sachen. Ein paar Waffen, ne, der Körper allein reicht wahrscheinlich nicht aus. Dann hab ich das gerockt. So, was brauche ich denn alles? Irgendwas ruhig da mitnehmen. Oh, natürlich, hier. So. Ein paar Handzahlen, man weiß da nicht, man. Und damit es ein bisschen Muskelschmuck bekommt. Käpte. Perfekt. So, was machen wir noch? Ah, Sandback. So, ich bin unterwegs ein bisschen fitter mit dem Sportzeug, ne? So. So, man kann ja nicht wissen, was abgeht. Ich kann einfach mal alles mitnehmen, wenn was reingeht, ey. Handzahlen, das wäre ganz wichtig. Für den Fight-Effel braucht man immer so einen kleinen Bunker zu Hause, wo ein bisschen Nahrung drin ist. Na, guck mal jetzt mal rein, was ich da noch mitnehmen kann. Das kann immer mal so Nuklearkrieg ausbrechen und da braucht man ein bisschen Nervennahrung. Ich bin definitiv vorbereitet, Sportsfreunde. Man weiß nie, was kommt. Muskelschwund passiert mir auf keinen Fall. Und ja, kann kommen, was will. Ich hau da schon weg. Bis zum nächsten Mal. Du bist viel zu langsam. Du brauchst doch noch was. Ah, mein Wusch war ja nochmal, ey. Scheiße, ist ja klar, ey. Boah. So, hier. Irgendwo hier müsste es sein. Die Koordinaten. Mal hinten gucken. Ja, das ist ein Stückchen noch. Das ist schon richtig. Ich kann dir auch diese Koordinaten da bekommen. Ja, das ist ein seltsamer Wusch. Und hier ist es, habt ihr müssen mal rein oder was soll das? Ja, also hier steht Fallout. Habt ihr ja irgendeinen Plan, wo es hingeht, was wir machen? Keine Ahnung. Ja, aber ich muss sagen, wir steigen ein und da fahren es. Das wäre ja ein bisschen komisch aus hier, ey. Ja, da fahre ich doch gar nicht rein, oder? Ja gut, dann soll ich was sagen, oder? Oder geht jemand zuerst? Ja, geht dir mal lieber vor. Okay. Ganz komisch hier. Das ist schon irgendwie eine Stunde fast unterwegs, schon außerhalb von Berlin. So wie es aussieht, nur noch so Bäume, so komische Gerüstanlagen draußen. Und ja, seid ihr vorbereitet hier irgendwie, oder? Also ich habe hier alles gepackt, Survival-Camp am Start. Naja, aber irgendwie, oh, warte mal, warte mal, irgendwas. Stimmt ja nicht. Hä? Deine Ernst, wo sind die Klamotten, die ich dir gegeben habe? Los, 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 los.